Liebe Fahrgäste, in allen öffentlichen Verkehrsmitteln und im Bahnhofsbereich ist der gesetzlich vorgeschriebenen Anzahl der Schutz auftragen. Bitte halten Sie außerdem nach Möglichkeit einen Abstand zum anderen Verbot. Wir begrüßen auf die zugestiegenen Fahrgäste im Railjet Express 161. Wir begrüßen Sie nach Flughafen Wien. Unsere Halter sind Wien-Meidling und Wien-Hauptbahnhof. In jedem Zugteil befindet sich ein Speisewagen, wo Sie gerne erwartet werden. Für weitere Informationen steht Ihnen das Zugteam jederzeit gerne zur Verfügung. Wir wünschen eine angenehme Reise. Wir begrüßen uns neue Fahrgäste auf dem Railjet Express 161 zum Viener International Airport. Unsere Schöpfung stopt Wien-Meidling und Wien-Mainstation. Each train buss have a restaurant where we would be pleased to welcome you. Our staff employees at your disposal for any further details. We wish you a pleasant journey. Schöpfung stopt Wien-Meidling und Wien-Meidling und Wien-U6. Donne! Weisswun Gudfung! Wir dürfen laufen Hallo! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020